Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin Hermes. Wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Ich bin Hermes. Wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ich bin Hermes. Wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ich bin Hermes. Wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ich bin Hermes. Wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ich habe keinen Speer gesehen. Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verbringen. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verbringen. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verbringen. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verbringen. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verbringen. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verbringen. Ich bin direkt von der Luft herabgestiegen. Man kann in einer Stunde Spiel mehr über eine Person erfahren, als wenn man sich ein ganzes Jahr mit ihr unterhält. Ich bin Hermes, wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit zu machen. Ich bin Hermes, wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit zu machen. Ich bin Hermes, wer mich verirrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit zu machen. Ich bin Hermes, wer mich verirrt, dass ich die Schnelligkeit zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin Hermes, wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer mich verehrt, wird feststellen, dass Händler die Reise in diese Stadt genießen. Wer sich über den Reise in diese Stadt genießen. Wer mich nicht mehrbags zu machen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.